Wir sind hier im Rocco-Zentrum in Erschmatt. Im Rocco-Zentrum hat es ein Restaurant, eine Häusbeckerie und einen Hoteltrakt mit zwölf Zimmern. Die Zusammenarbeit mit dem Lokalopartner ist für uns sehr wichtig. Das ist ein eiseres Ziel, überall wo es möglich ist, nur mit einheimischen, lokalen Produkten zu arbeiten. Auch mit Partnern in der Region. Das spezielle bei eis ist das Rocco-Brot und das machen wir hier bei eis in der Backstube. Mit dem Rocco aus eiseres Region können wir ganz viele Produkte herstellen. Traditionell ist natürlich das Urrockenbrot. Aber da machen wir auch noch verschiedene Produkte, z.B. wie Trockensticks, Trocken-Sable, der Bio-Butter-Zoff mit Roggen oder ein Aprikos-Cake. Wir werden das hier im Restaurant vertrieben, aber wir haben es auch im Angebot mit verschiedenen Gerichten in der Küche. Heute machen wir ein Safran-Fondue in unserem ausgemagten Roggenbrot mit unserem Käse von Region. Wir haben das eine Technologisch ein. Wir haben das eine Technologische Gerichte. Wir haben das eine Technologische Gerichte. Wir haben das, was wir haben, zu einemателей Ölge. Wir haben, dass wir das nicht noch in der Stelle sagen. Wir haben das, was wir uns aufgetrikte haben. Wir haben das immer noch mal, was wir uns unterben. Untertitelung des ZDF, 2020